Ich muss dran denken, diese Baustelle von Pisk für Yuri zu über... Prüfen. Ich muss dran denken, diese Baustelle von Pisk für die Baustelle von Pisk für die Baustelle. Ich muss dran denken, diese Baustelle von Pisk für die Baustelle von Pisk für die Baustelle. Ich muss dran denken, diese Baustelle von Pisk für die Baustelle von Pisk für die Baustelle. Und hier laufen viele Baustelle von Pisk für die Baustelle. Ich muss dran denken, diese Baustelle von Pisk für die Baustelle von Pisk für die Baustelle. typen rum die nicht wirklich was war das finde ich heraus ich habe eine nachricht von dort anscheinend hat er eine idee für ein spidey gadget angehängt der findet auch ständig was ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du trägst auch nicht mal drüber nach, das mit mir zu machen. Hier, ich hab ihn! Runter! Mach dir was gefasst! Achtung! Verflixt! Wir haben ihre Kumpel gerufen! Oh, ich will! Achtung! Oh, hey! Mehr Tüchen! Willkommen zur Party! Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen! Es sei denn, ihr tragt keine Socken! Dann gilt, kauft euch gefälligst welche! Der Bus lässt grüßen! Ich werde eingeschwunden! Ja! Ich hab ihn! Ich werde eingeschwunden! Achtung! Ich werde eingeschwunden! Ich werde eingeschwunden! Ich werde eingeschwunden! Ich werde eingeschwunden! Kdo! Oh, mein! Davon haben wir noch mehr. Jetzt gibt's Saures. Will jemand aufgeben? Nein? Dann? Nicht einspinnen lassen! Nicht einspinnen lassen! Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette das und auch verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Halt die Augen auf. Halt die Augen auf. Halt die Augen auf. Ich weiß schon, womit ich anfange. Halt die Augen auf. 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 Wer ist das? Spider-Man, das war nur ein Spaß. Ich wollte nichts kaufen. Oh, kommt schon, Leute. Ihr schafft es gerade an der Steuer vorbei. Ich heule nicht, wenn ich dir die Knochen breche. Ich will doch nur abgeben. Los, Spider-Memme! Hey! Hör auf damit! Was ist los mit euch? Macht ihn kalt! Nein! Das ist nicht okay! Ich brech dir deine duren Knochen! Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln ist meine Anti-Droge. Nachricht an Yuri und die Cops sind unterwegs. Das ist nicht möglich! 10-10. Zeuge meldet Drogendeal. Der Ort ist in Lower Chinatown. Guck mal! Der Ort ist aus. Der Ort ist in einer Drehkundung. Das ist bei der Hause Tops. Der Ort ist in einer Drehkundung. Der Ort lässt sich nicht nennen. Der Ort ist in einer Drehkundung. Der Ort ist in einer Drehkundung, bei der Ahrung war es in einer Drehkundung. Riesen! Vor allem keine Hinterhof-Farmer-Riesen! Ich stecke dich in den Boden! Jetzt bin ich echt stinkt! Du hast da rumgebeten! Ah! Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff! Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein! Die Polizei ist unterwegs! Und ich auch! Vielleicht hilft mir das bei meiner Work-Life-Balance. Aber ich habe keine Zeit zum Lesen. Ja... Das war's für heute. Was ist das? Autosieb-Anlieferung. Ich muss... Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. So eine Verfolgungsjagd hät einen ganz schön auf Trab. So eine Verfolgungsjagd-Allefung. Also, den anderen ist es auf dem Weg zu bewegen. So eine Verfolgungsjagd-Allefung. Aber es ist schwer. So eine Verfolgungsjagd-Allefung. So eine Verfolgungsjagd-Allefung. So eine Verfolgungsjagd-Allefung. Wie ich in meiner Nostradamus-endlichen Prophezeiung vorausgesagt habe, sind unsere Straßen nun voll von aufschwebenden Gangstern, die sich gegenseitig tyrannisieren, nachdem Spider-Man Wilson Fisk rücksichtslos ausgeschaltet hat. Mein nächster Gast hat einen bewaffneten Überfall überlebt. Wir sind froh, dass sie wohl auf sind. Danke, das war so krass. Die Typen kommen... Mein Wilson Fisk Wissenschaftspreis. Und der Scheck. Ich konnte... Das war so krass. Ich bin froh, dass sie nicht so krass sind. Achtung, Einheiten. Bewaffneter Raubüberfall. Der Ort ist South of Houston. Spiderman, die Situation ist unter Kontroll. Untertitelung des ZDF, 2020 Alle Einheiten im Einbruch gemeldet. Brauchen Officer vor Ort im Finanzviertel. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Mann, kaum ist Fisk weg, schlägt die Stunde der Stümper. Und schwer und schwer! Achtung, hier ist es! Und der Truck hat uns ja was vorgestellt. Halt den Halt! Hey, lass das! Das hat mir wehgetan! Kleiner Tipp, klappt es weder mit aufbrechen noch mit eindringen, besser Finger weg vom Einbruch. Das berüchtigte Knödelrezept. Da hätte es stehen müssen. Punkt 10. Versuchen Sie MJs Wohnung nicht abzufackeln. Das ist ein Schmerz. 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 immer im stress das ist ein überfall wir haben keine angst wer will ein foto Spider-Man! Das war's mit uns! Aufford! Bist du nicht! Ihr bewegt mich nicht! Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Das war's für mich. Was nix kostet, ist nix. Das war's für mich. 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 Das war's für mich.